Am Wochenende haben sich in Ellwangen mehr als 100 Oldtimer-Freunde auf dem Schießwasen zu einer gemeinsamen historischen Zielfahrt getroffen. Eingeladen hatte der Oldtimer-Verein Ellwangen-Jagst. In diesem Jahr standen den Fahrern wieder zwei Rundstrecken zur Auswahl, die diesmal durch die reizvollen Landschaften des Firngrunds und den Ellwanger Bergen führten. Das Treffen der Oldtimer-Freunde, die zum Teil bis aus Ludwigsburg nach Ellwangen angereist waren, lockt regelmäßig auch viele Gäste und Zuschauer auf den großen Festplatz. Unter den Oldtimer-Veteranen waren auch Fahrzeuge dabei, die bereits 80 Jahre und mehr auf dem Buckel haben. Gut gepflegt und tadellos in Schuss präsentierten sich die Oldtimer ihren Betrachtern. Die gut organisierten Halbtagestoren des Oldtimer-Vereins Ellwangen-Jagst haben bereits eine lange Tradition. Die Fahrer schätzen dabei die ungezwungene Atmosphäre der Ziel- und Orientierungsfahrt, die ganz ohne Fahrerprüfungen auskommt.